Hallo und herzlich willkommen, hier ist TPGaming mit einer weiteren deutschen Version von Tau3D Pro. Wo sind wir denn heute? Wir sind heute natürlich in New York. Und zwar sind wir hier im John F. Kennedy International Airport und werden mal etwas anderes versuchen als normalerweise und haben hier ein Schedule rausgeholt. Wie ihr seht, die Gates sind vollgepackt. Das heißt, es wird reichlich Bewegungen geben. Und ja, zeige ich das Ganze ganz einfach mal. Wir haben natürlich auch hier vier Runways. Die Runway 1-3 links und 1-3 rechts. Die beiden benutzen wir heute für die Ankünfte. Und das ist ungewöhnlich. Und normalerweise benutze ich nur 1-3 links als Ankunft und 2-2 links als Ankunft. Benutze 2-3 rechts und 1-3 rechts für Abflüge. Heute nicht. Heute machen wir das Ganze ein bisschen schwieriger. Wir werden diesen sogenannten Karnesee-Approach benutzen. Und zwar handelt es sich darum, dass die Flugzeuge von hier außerhalb aus New York kommen. Und meistens kommen sie hier von hier links und dann kommen sie hier rüber und drehen sich dann hier so in die rechte Seite dann rein und verteilen sich dann auf 13 links, 13 rechts. Das werden wir hier natürlich nicht erkennen. Aber so in etwa soll das so in etwa das darstellen. Ich werde versuchen, von hier unten links, vier links, die Flugzeuge starten zu lassen. Das heißt, ich habe hier zwei Kreuzungen. Das heißt, ich muss perfekt timen. Wenn jetzt sehr viele Ankünfte sind und ich nicht viele Lücken habe, kann es sein, dass hier sehr schnell eine Schlange entstehen wird von vielen Flugzeugen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch noch versuchen, einiges auf hier rechts zu ziehen. Die müssen aber dann auch hier einmal rüber. Das heißt, ich muss das auch abpassen, dass die Landungen verendet sind, bevor ich hier überquere, bevor es Strafpunkte gibt. Es wird nicht einfach sein. Gucken wir mal. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Dann starten wir das Ganze mal und im Prinzip hoffen wir aufs Beste. Und so springen rüber. Wäre schön. Dankeschön, sodass ich dich auch auf dem zweiten Bildschirm erkenne. Wir haben 21 Uhr und sollten mit ungefähr, ich denke, 70, 80 Bewegungen in dieser Stunde konfrontiert werden. Ich hoffe, dass wir das fehlerlos auf die Reihe kriegen. Also, naja, setzen wir uns mal hin und versuchen, das Beste draus zu machen. Also, irgendwie stürzen alle Bilder ab von mir hier. Ich weiß gar nicht, wieso das ist. Das ist irgendwie rätselhaft. Immer wieder das Gleiche. Ich hatte das gestern auch beim Multiplayer, den ich da gemacht hatte. Und es ist schon wieder abgestürzt hier. Sag mir mal. Das kann ja was werden. Hoffen wir mal, dass das nicht so schlimm wird jetzt für das ganze Spiel, weil das geht nämlich gar nicht. Dann dafür ist der Schedule zu heavy. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Anzahl von Ankünften wie Abflügen. Schamrock 108, continue taxi. Gucken wir mal. Ich glaube, dass wir keine kleinen General Aviation Flugzeuge haben werden. Also müsste das okay sein. Sonst ist es immer so ein bisschen schwierig. Da muss man immer zusehen, dass man die schon so ein bisschen voneinander trennt. Ja, dann mal gucken. Ich muss mal sehen, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Ich denke, die ersten Minuten wird es noch einigermaßen sein. Aber ich schätze, innerhalb der nächsten 5-6 Minuten oder so wird hier wahrscheinlich die Hölle am Brodeln sein. Deswegen versuche ich jetzt einmal die Zeit zu nutzen, alle neuen Abonnenten zu begrüßen. Also vielen Dank, dass ihr abonniert habt. Und für alle die, die es noch nicht getan haben und würden diesem Kanal wenig Hilfe unterbreiten, dann ist das ein kleiner Klick für euch. Aber was als Großes ist, ist es für mich. Also abonniert, subscribt, schmeißt einen Kommentar unten rein, Deutsch oder Englisch oder was immer. Vollkommen egal. Und wenn ihr das machen würdet, wäre natürlich brillant. So, da es jetzt dann natürlich noch ein bisschen ruhig ist, können wir eigentlich noch ein bisschen Gas geben. Gehen das Ganze mal auf doppelter Geschwindigkeit. Werden das aber gleich wieder runterfahren, sobald es hier alles ein bisschen wilder wird. Aber bislang scheint das ja ganz in Ordnung zu sein. Zwei Ankünfte, einmal links, rechts. Dann haben wir Chemrock, das ist ja die irische Fluggesellschaft. Da unten haben wir sie. Und ja, wow, okay. Gehen wir mal auf vierfach. Aha. Da haben wir jetzt die nächste Ankunft. Lassen wir das nochmal auf vierfach für eine Sekunde. Chiple 426, Runway 13, left clear to land. So, ich denke mal, wir kriegen Chemrock rüber auf die andere Seite, bevor der andere landet. Norwegian. Könnte ein bisschen eng werden vielleicht, oder? Okay, was passiert hier? Schon wieder alle Seiten abgestürzt. Ich könnte abwürgen. Nein, die Güte, was ist bloß heute los? Oh, Mann, Mann. Seht ihr, das wackelt hier und dreht hier und macht und tut. Also irgendwie kommt der Computer nicht hinterher. Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt zumindest die erste Ankunft da. Chemrock habe ich nicht rüberziehen können. Das ist mir zu heiß. Oh, das müsste gehen. Nein, wir warten geduldig. Jetzt keine unnütze Risiken eingehen. Brickyard 6046, Runway 13, right clear to land. Runway 13, right clear to land, Brickyard 6046. ICR 614, pushback. ICR 614, pushback approved. Expect a runway four left via Alpha Kilo. Endeavour 3431, Runway 13, left clear to land. JetBlue 720, taxi to terminal. So, dann haben wir also unsere erste Ankunft. Und die nächste folgt sogleich. Norshuttle ist Norwegian Airlines. Und Norwegian hat, ist glaube ich, sogar in vier verschiedenen Firmen aufgeteilt. Es gibt dann irgendwie NOR Trends, Norshuttle und es gibt dann Norwegian und ich glaube noch ein. Und das sind eben halt... ICR 614, ready to taxi. ICR 614, continue taxi. Das sind dann... ...für verschiedene Kontinente. Amerika, USA... Quatsch, USA. Ich weiß nicht, ob es England, Norwegen... ...und noch irgendwie ein. Bin mir nicht ganz sicher. Schamrock 108, continue taxi. Norshuttle 7001, taxi to terminal via Lima Alpha. Ja, also bei den Abflügen müssen wir natürlich sehr aufpassen. Wenn man sieht, dass sie jetzt so links, rechts, links, rechts, links, rechts reinkommen, da ist nicht mehr viel Platz dazwischen. Aber wir werden es ja herausfinden. Schauen wir mal. Momentan geht es ja noch ganz gut. Aber irgendwie geht es ein bisschen langsam. Hoffentlich stört es da nicht wieder ab. Wenn ich auf doppelt gehe, dann ist es ja immer so. Da ist ja die rote Nase. Die heißen jetzt auch Red Nose. Ganz neu. Die heißen, glaube ich, nicht mehr Norshuttle, sondern heißen jetzt, glaube ich, Red Nose. Praktisch die Rudolfs. Rudolfs, die Rentiere. Das Rentier. Rudolf, das Rentier. Schamrock 108, Runway 4, Left, Line Up and Wait. Runway 4, Left, Line Up and Wait, Chamrock 108. Delta 246, Pushback Approved. Expect Runway 4, Left, Via, Bravo, Kilo Echo, Kilo 4, Kilo. Tower, Delta 246, Requesting Push and Start. Ground, 4, Left, Via, Bravo, Kilo Echo, Kilo 4, Kilo, Pushback Approved. Delta 246. Endeavour 3463, Runway 13, Right, Clear to Land. Tower, Endeavour 3463, Runway 13, Right. Runway 13, Right, Clear to Land, Endeavour 3463. Tower, JetBlue 1473, Requesting Push and Start. JetBlue 1473, Pushback Approved. Expect Runway 4, Left, Via, Alpha, Kilo. Ground, Delta 246, Ready to Taxi. Ground, 4, Left, Via, Alpha, Kilo, Pushback Approved. JetBlue 1473. JetBlue 426, Taxi to Terminal. Tower, JetBlue 1374, With the Runway 13, Left. Taxi to Terminal, JetBlue 426. Delta 246, Continue Taxi. Continue Taxi, Delta 246. JetBlue 1374, Runway 13, Left, Clear to Land. Runway 13, Left, Clear to Land, JetBlue 1374. Tower, Iberia 6252, Requesting Push and Start. Iberia 6252, Pushback Approved. Expect Runway 4, Left, Via, Alpha, Kilo. Ground, 4, Left, Via, Alpha, Kilo. Und jetzt werden wir da eine Lücke haben, gleich, sobald Endeavor 3431 unten ist. Machen wir eine gute Möglichkeit. Delta 2045. Oh, oh. Delta 2045, Runway 13, Right, Clear to Land. Spielt verrückt, der Computer. Delta 2045, Runway 13, Right, Clear to Land. Ja, Zambien. Runway 13, Right, Clear to Land, Delta 2045. Ice Air 614, Hold Short of Runway 4, Left. Hold Short of Runway 4, Left, Ice Air 614. Delta 246, Hold Short of Runway 4, Left. Hold Short of Runway 4, Left, Delta 246. Oh, oh. Ja, das stimmt. Wow. Massive Probleme. Irgendwas ist heute gar nicht gut. Tut mir leid, Leute. Aber wir kriegen das hin, früher oder später. Gepli 1473, Continue, Taxi. Iberia 6252, Continue, Taxi. Brickyard 6046, Taxi to Terminal via Bravo. Taxi to Terminal via Bravo, Brickyard 6046. Schemrock 108, Runway 4, Left, Cleared for Takeoff upon reaching altitude 3000, Contact, Departure. Runway 4, Left, Cleared for Takeoff upon reaching altitude 3000, Contact, Departure, Shamrock 108. Das, was mit dem Internet zu tun hat, eigentlich dürfte es ja nichts mit dem Internet zu tun haben. Aber da, wo ich momentan gerade bin, überrascht es mich überhaupt nicht. Schauen wir mal. Endeavor 3431, Taxi to Terminal via Alpha. Delta 2623, Pushback Approved, Expec, Runway 4, Left via Alpha Kilo. JetBlue 1473, Continue, Taxi. So, jetzt sind wir, glaube ich, alles wieder im grünen Bereich. Ich weiß ja nicht, was Brickyard hier eigentlich für Donuts fährt, also das ist ja echt unglaublich. Kreuz und quer. Aber gut, so ist es halt. Und wir haben unseren ersten Abflug. Isair 614, Runway 4, Left, Line Up and Wait. Runway 4, Left, Line Up and Wait, Isair 614. Tower, Delta 332 with you, Runway 1-3, Right. Round, Delta 2623, Ready to Taxi. Delta 2623, Continue, Taxi. Continue, Taxi, Delta 2623. Delta 332, Runway 1-3, Right, Clear to Land. Tower, Virgin 4-6, Requesting Push and Start. Runway 1-3, Right, Clear to Land, Delta 332. Virgin 4-6, Pushback Approved, Expec, Runway 4, Left via Alpha Kilo. Round, 4, Left via Alpha Kilo, Pushback Approved, Virgin 4-6. Der will da ganz hinten rum, müssen wir alles im Auge behalten. Wir sehen, dass da wieder so ein kleines Bündel von drei Flugzeugen ankommt. Cut that Cargo, 9-4, Runway 1-3, Left, Clear to Land. Runway 1-3, Left, Clear to Land, Cafe, Cargo, 9-4. ICR 614, Runway 4, Left, Clear to Takeoff upon reaching altitude 3000 Contact Departure. Runway 4, Left, Clear to Takeoff upon reaching altitude 3000 Contact Departure. ICR 614. Den sollten wir eigentlich noch rüberkriegen. Ich hoffe, es war nicht zu spät. Endeavour ist noch ungefähr eine Meile, 1,5 Meilen raus. Aber wir müssen ihn einfach über die Kreuzung rüberbekommen. Dann sollte alles im grünen Bereich sein. Ja, das wird wohl doch ganz, ganz eng werden jetzt. Los, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Noch ist das Licht an von Endeavour. Jetzt ist es aus und jetzt haben wir die Strafe bekommen. Ja, das habe ich verkackt. Delta 246, Runway 4, Left, Line up and wait. Da hatte ich Vertrauen gehabt, dass die 757 300 da sich ein bisschen schneller mal bewegen würde. Hat sie natürlich nicht getan. Und wir werden natürlich sofort abgestraft. Obwohl zwar keine wirkliche Gefahr bestand, aber so ist das Spiel eben halt. Und soeben haben wir 50 Starts und Landungen, die wir kostenlos durchführen dürfen. Juppidu. Das ist, wenn man ein bisschen ungeduldig ist. Aber gut, zu spät. Delta 2623, Continue Taxi. Aber da wir ja ungefähr, ich weiß nicht, 70, 80 Landungen haben werden und Starts, sollten wir in der Lage sein, am Ende des Videos wieder in den positiven sein. Virgin 4-6, Continue Taxi. Virgin 4-6, Continue Taxi. Continue Taxi, Virgin 4-6. Endeavour 3-4-6-3. A Taxi to Terminal via Bravo. Taxi to Terminal via Bravo, Endeavour 3-4-6-3. Tower, Delta 350, Runway 13, right. Delta 350, Runway 13, right. Get to land. Runway 13, right, clear to land. Gibt doch nichts, gleich so nach einer Viertelstunde schon gleich bestraft zu werden. Ich hasse es. Aber so ist es halt, ne? JetBlue 1473, Continue Taxi. Continue Taxi, JetBlue 1473. JetBlue 1374, Taxi to Terminal via Bravo. Save yet. JetBlue 137... Oh man. JetBlue 1374, Taxi to Terminal via Bravo. Thank you. Taxi to Terminal via Bravo, JetBlue 1374. How very nice of you. Delta 2045, Taxi to Terminal via Bravo. Taxi to Terminal via Bravo, Delta 2045. Das Gute hier in New York ist es, es gibt ja zwei Taxiways, einmal Alpha, also der A-Kreis und der B-Kreis und wie ihr schon seht, Alpha geht im Uhrzeigersinn und B entgegen des Uhrzeigersinnes und die Flugzeuge automatisch rollen auch auf den Weg. Ich wäre, glaube ich, auch gar nicht in der Lage, einen anderen Auftrag zu geben. Iberia 6252, Continue Taxi. Continue Taxi, Iberia 6252. Endeavor 3463. Hold Position. Hold Position, Endeavor 3463. Iberia 6252, Continue Taxi, Time Auto 1045. Ist jetzt so aus, dass er das macht. Swiss 1-5, Pushback Approved, Expect a Runway 4 Left via Kilo Echo, Kilo 4 Kilo. Ground, 4 left, Vaya Kilo Echo, Kilo 4 Kilo, Pushback Approved. Swiss 1-5. So, wie schaut's denn aus? Wir haben ja eigentlich Platz genug gehabt. Weiß jetzt gar nicht, warum ich den nicht gestartet habe. Lassen. Aber gut, warten wir noch auf Delta und Cathay Cargo. Und dann werden wir zusehen, dass wir die restlichen in die Luft bekommen. Ziemlich zügig. JetBlue 1715, pushback approved. Expect runway 4L via Alpha Kilo. Endeavour 3463, continue taxi. Swiss 15, continue taxi. JetBlue 410, runway 13 left, clear to land. Und Delta 204, ja 5, ja, könnt ihr da unten nicht sehen, das ist alles so ziemlich übereinander, aber meine Güte, man muss nicht unbedingt so dicht auffahren, dass man den anderen da bald wegrammt. So richtig so nach dem Motto, meine Güte, geh mir aus dem Weg. Ich meine, das sind doch Kollegen. Unglaublich. Virgin 4-6, continue taxi. Continue taxi, Virgin 4-6. JetBlue 1715, continue taxi. Continue taxi, JetBlue 1715. Delta 204-5. Der unten längs. Gucken, ob Swiss schneller ist. Müsste er eigentlich. So, da haben wir Cathay Cargo. Kommt an. Sobald ich, äh, das Ergebnis habe, das ganz unten, aber wahrscheinlich zieht er sogar durch. Der wird, glaube ich, sogar noch weiter, ähm, rollen, als die Runway, über die wir jetzt sind. Das heißt, natürlich wird er uns da ein bisschen ärgern. Und wird nicht vorher abbiegen. Hat immer noch nicht das, äh, Lande-OK gegeben. Und wie ihr seht, natürlich jetzt ist er, oh, er biegt jetzt ab. Sehr schön. Delta 246, runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, contact departure. Runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, contact departure, Delta 246. Cathay Cargo, 9R4, taxi to terminal, via Yankee Alpha, Bravo. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er hin will. Da oben, okay. Delta 2623, runway 4 left, line up and wait. Swiss 1-5, hold short of runway 4 left. Na, Delta will jetzt den nächsten abrammen. Arbeit ist ja sehr hart da dran, ne? Gut, ist natürlich für seine, Delta ist für seine Kunden Freundschaft bekannt, rammen die Konkurrenten einfach weg. Delta 332, taxi to terminal, via Bravo. JetBlue 524, runway 13 left, cleared for land. Das ist natürlich gut für uns, dass wir Landungen auf der linken Seite haben. es gibt uns mehr Möglichkeiten. Delta 476, pushback approved, expect runway 4 left, via Alpha Kilo. Delta 2045, der wird da jetzt rüberziehen, sollte schneller sein als JetBlue. und so wollen wir das ja auch haben am Ende. Müssen wir das natürlich im Auge behalten, logischerweise. So, und hoffen jetzt auf schnelle Landebestätigung, damit wir nochmal zwei Maschinen oder so schnell in die Luft bekommen. Komm, Delta. Stehst doch schon fast. Delta 2623, runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, contact departure. JetBlue 1473, runway 4 left, line up and wait. Delta 476, continue taxi. Delta 350, taxi to terminal via Bravo. Delta 948, Delta 948, runway 13 right, cleared to land. JetBlue 1715, hold short of runway 4 left. Hold short runway 4 left, JetBlue 1715. Tower, American 2292, with the runway 13 left. Die erste American, die wir heute zu Gesicht bekommen werden. JetBlue 1473, runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, contact departure. Iberia 6252, runway 4 left, line up and wait. So, JetBlue 410 sollte weit genug weg sein, dass wir die nächsten, das JetBlue ohne weiteres locker auch starten kann. Delta 332, going in there. Singapore 25, pushback approved, Dixby runway 4 left, via Kilo Echo, Kilo 4 Kilo. Delta 350, geht da ganz hinten rein. American 2292, runway 13 left, cleared to land. Runway 13 left, cleared to land, American 2292. Delta 202, runway 13 right, cleared to land. Runway 13 right, cleared to land, Delta 202, Jetzt kommen ja doch einige, aber wir haben jetzt noch eine Landung. Mit ganz viel Glück kriegen wir vielleicht noch die nächsten beiden Flugzeuge in die Luft. Iberia und Virgin. Das ist der Plan. Vielleicht schaffen wir es auch alles, auf vier Links in die Luft zu bekommen. Bis jetzt geht es ja. JetBlue 1295, pushback approved, Dixby runway 4 left, via Alpha Kilo. Cathay Cargo 9A4, continue taxi. Singapore 25, pushback approved, expect runway 4 left, via Kilo Echo, Kilo. Okay. Jetzt haben wir da natürlich so eine kleine Situation. Delta 350, Delta 350, hold short of taxiway, Kilo Delta. Hold short of taxiway, Kilo Delta, Delta 350. chip blue 6252, no, Iberia 6252, runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, contact departure. Virgin 4-6, runway 4 left, line up and wait. Virgin 4-6 ist ein Heavy, genauso wie Iberia, das heißt, wir werden nicht in der Lage sein, Virgin noch in die Luft zu bekommen. Das haut einfach nicht hin. Delta 476, hold short of runway 4 left. JetBlue 410, taxi to terminal via Bravo. JetBlue 12915, continue taxi. JetBlue 410, natürlich hier den gleichen wie JetBlue 410, hold short of taxiway, Delta. Singapore 25, continue taxi. Jetzt bewegt sich Singapur, Delta 350, continue taxi. Ja, dann müssen wir leider noch mal vier Maschinen warten, dann können wir wieder weitermachen mit den Departures. Delta 2312, pushback approved, expect runway 4 left via Alpha Kilo. So, Singapur, wie sieht's aus? Singapur 25, da ist er, vor uns. Jetzt ist er bereit. Singapur 25, continue taxi. JetBlue 410, hold short of taxiway, Papa. Hold short of taxiway, Papa JetBlue 410. Jetzt ist noch ein, rüberbekommen, in die Luft. JetBlue 872, runway 13 left, clear to land. Delta 2312, continue taxi. Delta 474, muss man ein kleines Augenblick warten, bis Singapur vorbei ist. So, haben wir die zweite Maschine, die unten ist. Dann warten wir noch auf die nächsten beiden. und dann kann Virgin endlich auf dem Weg über den großen Teich rüberziehen. JetBlue 524, taxi to terminal via Bravo. Taxi to terminal via Bravo, JetBlue 524. Delta 474, pushback approved, expect runway 4 left via Kilo Echo, Kilo Kilo 4 Kilo. Delta 350, hold short of taxiway, Golf. Ist auch wieder so typisch, dass die natürlich genau zum gleichen Moment überqueren würden, natürlich sich gegenseitig abrammen würden. Vollkommen klar. Quatari 702, pushback approved, expect runway, where are you? Quatari 702, pushback approved, expect runway 4 left via Alpha Kilo. Hört mich schon gar nicht mehr. Delta 948, taxi to terminal via Bravo. Quatari 702, pushback approved, expect runway 4 left via Alpha Kilo. jetzt hat er mich verstanden. Delta 474, continue taxi. Delta 350, continue taxi. JetBlue 524, hold position. Ist natürlich klar, denn American schiebt sich da rein und JetBlue wäre natürlich auch da reingerammt, ohne wenn und aber. by American 229R2, taxi to terminal via Bravo. Taxi to terminal via Bravo, American 229R2. Speedbird 172, pushback approved, expect runway 4 left via Alpha Kilo. Power, Speedbird 172, requesting push and start. Ground, 4 left via Alpha Kilo, pushback approved. Speedbird 172. Virgin 46, runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, contact departure. Swiss 15, runway 4 left, line up and wait. Runway 4 left, line up and wait. Delta 2312, continue taxi. JetBlue 129R5, hold short of runway 4 left. Hold short of runway 4 left, JetBlue 129R5. Continue taxi, Delta 2312. Singapore 25, continue taxi. Runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, contact departure, Virgin 46. Delta 202, one taxi to terminal via Bravo. Continue taxi, Singapore 25. Taxi to terminal via Bravo, Delta 202. Delta 474, hold short of runway 4 left. Ground, Katari 702, ready to taxi. Hold short of runway 4 left, Delta 474. Tower, Endeavour 3287, requesting push and start. Delta 985, runway 13, right, clear to land. Runway 13, right, clear to land, Delta 985. Delta 202, come in there. Endeavour 3287, pushback approved, expect runway 4 left, via Bravo, Kilo 4 Kilo. Ground, 4 left by Bravo, Kilo 4 Kilo, pushback approved. Endeavour 3287. So, Singapore kommt um die Ecke rum, JetBlue1 295 müsste schneller sein, müsste also gut laufen. So, Quartari ist eigentlich fertig, ich weiß noch nicht so wirklich, was da abgeht. Ich glaube nicht, dass Quartari fertig ist mit Taxi, aber jetzt kommt Speedbird langsam in den Rückwärtsgang. Zorbon medicine aufzine. Swiss 1 5, runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, contact departure. JetBlue 1 715, runway 4 left, line up and wait. Runway 4 left, line up and wait, JetBlue 1 715. Runway 4 left, cleared for takeoff, upon reaching altitude 3000, JetBlue 524, continue taxi. Quartari 7 0 2, continue taxi. Speedbird 172, continue taxi. Continue taxi, Quartari 7 0 2. Continue taxi, Speedbird 172. JetBlue 576, runway 1 3 left, clear to land. Ground, Speedbird 172, ready to taxi. Endeavour 3318, runway 1 3 right, clear to land. runway 1 3 left, cleared to land, JetBlue 576. Runway 1 3 right, cleared to land, Endeavour 3318. Endeavour 3287, ready to taxi. Ich hoffe, dass wir vielleicht, wenn wir mit viel Glück haben, zwischen JetBlue 872 und Delta 985, dass wir da noch eine, ja, noch eine Maschine starten lassen können. Schauen wir mal. Endeavour 3287, continue taxi. Continue taxi, Endeavour 3287. JetBlue 524, hold position. JetBlue 524 dauert aber viel zu lange, bis der seine Turbinen angeschlossen hat und um eine Gange kommt, also unfassbar. Royal Air Maroc 201, pushback approved, expect runway 4 left, via Bravo, he's not listening. Royal Air Maroc 201, pushback approved, expect runway 4 left, via Bravo, Kilo Echo, Kilo 4 Kilo. hat geklappt, jupi du. Meine Güte, hau. North Shuttle 7005, runway 13 right, clear to land. runway 13 right, clear to land, North Shuttle 7005. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hoffentlich eine schnelle Freigabe bekommen. JetBlue 1 715 ist eine 321, Airbus 321, die sind schon ein bisschen schneller. Das müsste also klappen, wir haben noch vier Meilen, aber wir brauchen JetBlue mit der Landebestätigung. Vorher können wir hier gar nichts machen. JetBlue 1 715, runway 4 left, cleared for takeoff. Kein großes Gesabbel. Delta 476, runway 4 left, line up and wait. Contact Departure können wir danach immer noch sagen. Okay, so. JetBlue 524, continue taxi. JetBlue 872, taxi to terminal via Bravo. Sieht das auch wesentlich besser aus. Delta 985 ist noch ein paar Sekunden entfernt und JetBlue ist in dieser Sekunde über die Kreuzung hinweg, also werden wir nicht bestraft werden. So ist das eigentlich geplant und dann kann Delta runter und dann können wir sofort Delta 476 unten und auf vier links dann auch starten lassen. Endeavour 5534, pushback approved. Expect runway 4 left via Bravo Kilo Echo, Kilo 4 Kilo. Royal Air Maroc 201, continue taxi. Continue taxi Royal Air Maroc 201. So, jetzt könnt ihr in den Kommentaren mal reinschreiben, was euch gefällt, was euch vielleicht nicht gefällt. Warum nicht? Man kann auch überlegen, wie man irgendwas verbessern kann. Manchmal habt ihr vielleicht auch Ideen, dass man irgendwas anderes machen soll, bestimmte Flughäfen, die ihr vielleicht gerne mal sehen möchtet. Also viele, viele Möglichkeiten. Avianca 570 with you, runway 13 right. Avianca 570 runway 13 right clear to land. Runway 13 right clear to land. Delta 476 runway 4 left cleared for takeoff upon reaching altitude 3000, contact departure. Delta 2312 runway 4 left, line up and wait. Chiple 1715, contact departure. Delta 985 taxi to terminal via Bravo. Delta 471 pushback approved, expect runway 4 left via Kilo 4 Kilo. Endeavour 3287 continue taxi. Endeavour 5534. We're just gonna hold you there for a little bit before the other Delta is gone by. Also wir halten dich da mal fest, Endeavour 5534, denn Delta 985 darf erstmal weiterlaufen, weil wir haben eh jetzt dort einen kleinen Stau unten, bevor die die runway 13 rechts überqueren werden. Und jetzt ja noch zwei Landungen. Zwischenzeitlich können wir da sicherlich noch was rüberschieben, aber im Prinzip eigentlich nur Speedbird noch. Jetzt wäre zwar noch so eine kleine Möglichkeit, aber es ist mir zu heiß. Ich werde es nicht riskieren. So möchte Delta 985 will da vorne rein. Delta 985 hold short of taxiway Lima. Taxiway Lima. Delta 985 hold short of taxiway Lima. Ja, wir müssen ja Delta 471 rausziehen. Das ist ja das Wichtigste. Endeavour 5534 continue taxi. So, jetzt haben wir zwei schnelle Landungen hintereinander. Endeavour 3483, runway 13 left clear to land. Jet blue 9022, runway 13 right clear to land. Runway 13 right clear to land jet blue 9022. Delta 471, continue taxi. Runway 13 left clear to land Endeavour 3483. Continue taxi Delta 471. Powered. American 2756 requesting push and start. Speedbird 172, continue taxi. Continue taxi Speedbird 172. Royal Air Marock 201 hold short of runway 4 left. Hold short of runway 4 left. Royal Air Marock 201. Jet blue 576, taxi to terminal via Bravo. Taxi to terminal via Bravo jet blue 576. American 2756 pushback approved. Expect runway 4 left via Bravo kilo 4 kilo. Ground 4 left by Bravo kilo 4 kilo pushback approved. Endeavour 3318 taxi to terminal via Bravo. Taxi to terminal via Bravo. Endeavour 3318. Super, dann haben wir die beiden noch rüberbekommen. Klasse. Austrian, ach da hinten. Austrian 88 pushback approved. Expect runway 4 left via Bravo kilo echo. Kilo 4 kilo. So, dann können wir gleich mal wieder was in die Luft schicken. Und zwar ein Flugzeug. Sobald wir das okay haben. Delta 737 with runway 1, 3 right. Delta 985, continue taxi. Continue taxi, Delta 985. Qatari 702, continue taxi. Continue taxi, Qatari 702. Delta 471, hold short of runway 4 left. Hold short of runway 4 left, Delta 471. Delta 2312, runway 4 left cleared for takeoff. Upon reaching altitude 3000, contact departure. Endeavour 3287, runway 4 left. Runway 4 left cleared for takeoff. Upon reaching altitude 3000, contact departure. Jet blue 12905, runway 4 left, line up and wait. Runway 4 left, Endeavour 3287. Runway 4 left, line up and wait. Jet blue 12905. Austrian 88, continue taxi. American 2756, continue taxi. Continue taxi, American 2756, continue taxi, Austrian 88. Ground, Austrian 88 ready to taxi. Tower, Jet blue 516 with runway 1, 3 left. So. Ups. So, wie sieht es denn aus hier? Da haben wir jetzt wieder drei Landungen. Nordshuttle 7005, taxi to terminal via Alpha. Taxi to terminal via Alpha, Nordshuttle 7005. Jordania 230, pushback approved. Germania 230, pushback approved. Expect runway 4 left via Bravo, Kilo 4 Kilo. Ground, 4 left via Bravo, Kilo 4 Kilo. Tower, Endeavour 5036, requesting push and start. Tower, 4 left via Bravo, Kilo 4 Kilo, pushback approved. Delta 73. Delta 737, runway 1, 3 right, clear to land. Jet blue 516, runway 1, 3 left, clear to land. Runway 1, 3 left, clear to land, jet blue 516. Müssen wir zusehen, dass die nächsten beiden runterkommen. Und dann kam immer wieder eine kleine Lücke, wo wir mit Shanks 2 starten lassen können. Das ist schon sehr, sehr eng heute. Es fühlt sich immer mehr und mehr. Endeavour 5534, continue taxi. Continue taxi, Endeavour 5534. Ground, Jordanian 230 ready to taxi. Jordanian 230, continue taxi. Continue taxi, Jordanian 23. Also die meiste Action hier unten links. Kleine Schlange. Aber das haben wir uns ja schon gedacht. Avianca 570, taxi to terminal via Bravo. Taxi to terminal via Bravo, Avianca 570. Tower, Endeavour 5036, ready to taxi. Endeavour 5036, continue taxi. Continue taxi, Endeavour 5036. So, da haben wir jet blue. Sobald unten ist, können wir die nächsten loslegen. Ja, vier rechts ist heute gesperrt, leider. Wegen, ähm, arbeiten in der Nacht. Wir müssen da irgendwie ein neues Stück betonieren. Neue in der Auflage. Wegen, amerikan 177, requesting push and start. Jet blue 12905, runway 4L, head for takeoff. Upon reaching altitude 3000, contact, departure. Runway 4L, clear. Singapore 25, runway 4L, line up and wait. Archer jet blue 12905. Runway 4L, line up and wait. Singapore 25. American 177, pushback approved. Expect runway 4L via Bravo, Kilo 4K. American 177, pushback approved. Expect runway 4L via Bravo, Kilo 4K. So, we're going to see, does pass out. 4L via Bravo, Kilo 4K. Austrian 8, 8, continue taxi. American 177, tower. American 32, move you runway 1, 3L. Jet blue 9R22, taxi to terminal via Bravo. Continue taxi. Endeavour 3483, taxi to terminal via Alpha. Taxi to terminal via Alpha, Endeavour 3483. Taxi to terminal via Bravo, jet blue 9R22. Envoy 3878, pushback approved. Expect runway 4L via Bravo, Kilo, Echo, Kilo 4K. Tower, Envoy 3878, question push and start. Ground, 4L via Bravo, Kilo 4K, pushback approved. Envoy 3878. 3878, pushback approved. Nein. Envoy 3878, pushback approved. Expect runway 4L via Bravo, Kilo 4K. So ist richtig. Ground, 4L via Bravo, Kilo 4K, pushback approved. Envoy 3878. Langsam wäre natürlich nicht schlecht, mal ein paar Lücken zu bekommen, weil wir müssen zusehen, dass wir die Luftmaschine in die Luft kriegen. Es füllt sich zunehmend. Ground, American 177, ready to taxi. American 177, continue taxi. Continue taxi, American 177. American 32, runway 13L, clear to land. Tower, JetBlue 1118, runway 13R, clear to land. Tower, JetBlue 1118, runway 13R, clear to land. Runway 13L, clear to land American 32. Runway 13R, clear to land JetBlue 111A. Ground, Envoy 3878, ready to taxi. Envoy 3878, continue taxi. Continue taxi, Envoy 3878. So, was haben wir denn im Möglichen? JetBlue 516 kommt runter und Singapur können wir nicht starten lassen, weil das ein Heavy ist und Heavy braucht knapp zwei Minuten oder eine Minute 40 zum Starten und die haben wir nicht. Endeavour 5036, continue taxi. American 2756, hold short of runway 4L. Hold short of runway 4L, American 2756. Tower, Delta 208, requesting push and start. Jordanian 230, hold short of runway 4L. Hold short of runway 4L, Jordanian 23. American 2757, hold short of runway 4L, American 2757. American 2757, hold short of taxiway Mike Charlie. American 2757, hold short of taxiway Mike Charlie. Delta 737 taxi, Delta 737 taxi to terminal via Bravo. Delta 208, pushback approved, expect runway 4L via Alpha Kilo. Tower, 4L by Alpha Kilo, pushback approved. Delta 208, Tower, JetBlue 1818 with the runway 13L. So, kommen wir in den Gange da. Das dauert immer, bis man die Freigabe bekommt. Jetzt. Singapore 25, runway 4L cleared for takeoff. Delta 474, runway 4L line up and wait. Runway 4L line up and wait Delta 477. American 177, continue taxi. JetBlue 516, taxi to terminal via Bravo. Continue taxi, American 177. Endeavour 34902, pushback approved, expect runway 4L via Bravo. Kilo 4K. Taxi to terminal via Bravo, JetBlue 516. Tower, 4L by Bravo, Kilo 4K. Endeavour 34803, is going down there, so we're all good on that one. JetBlue is going along there. Tower, Delta 208, ready to taxi. Jordanian zieht rüber. Delta 208, continue taxi. Continue taxi, Delta 208. So, einen Start kriegen wir noch durch. Sobald Singapur in der Luft ist, aber es dauert noch einen kleinen Moment. Aber sollte hinhauen. Delta 474 ist auch eine Heavy. Uiuiuiuiui. Sollten wir das riskieren? Delta 474, runway 4L cleared for takeoff. Risiko. Singapur 2, 5L, contact departure. Delta ist auch eine Heavy. Uiuiuiuiui. Endeavour 3287, runway 4L, line up and wait. Runway 4L, line up and wait, Endeavour 3287. Und 474 ist eine 767300. Ich weiß nicht, wie schnell die starten. Ich hoffe, schnell genug. Endeavour 5303, pushback approved, expect runway 4L via Bravo, Kilo. Echo, Kilo, 4 Kilo. Endeavour 5303, pushback approved, expect runway 4L via Bravo, Kilo, 4 Kilo. Das sehe ich nicht verstanden. Okay, American, come on, come on. Du hast noch ein bisschen Zeit. Come on. Es dauert noch ein bisschen. Delta 474, hopp, hopp. Abmarsch. Da ist es passiert. Oh, wow, war das knapp. Huh. Muss auch mal Glück haben. Man muss auch mal Glück haben. Es ist aber auch voll heute in New York, heute Abend. Gepli 1818, runway 13L, clear to land. American 141, runway 13L, clear to land. Runway 13L, clear to land, American 141. So, come, American. Endeavour 3287, runway 4L, cleared for takeoff. Runway 4L, cleared for takeoff, Endeavour 3287. Speedbird 172, runway 4L, line up and wait. Tower, JetBlue 1184, with you, runway 13L. JetBlue 9022. Runway 4L, line up and wait. JetBlue 1723, pushback approved, expect runway 4L via Alpha, Kilo. Ground, Endeavour 5303, ready to taxi. Come, Endeavour. Nicht schon wieder ihr. Ständig Ärger mit euch. Tower, JetBlue 1723, request push and start. Es ist mir ein Rätsel, warum American 177 die Runway überquert, ohne dass ich da Bescheid gesagt habe. Und es sieht aus, als ob wir wieder eine Strafe bekommen werden. Oh Mann, wird das wieder knapp. Oh je, oh je, oh je, oh ja, das klappt gerade so eben, wow. Was ist hier los heute? American 32, American 32, taxi to terminal via Bravo. Endeavour 349R2, continue taxi. Endeavour 5303, continue taxi. Endeavour 5303, runway 4L via Bravo, Kilo for Kilo. So, einfach nur geradeaus und links abbiegen, das kann ja nicht so schwer sein. Geht doch. Muss man dann immer schimpfen. JetBlue 1723, continue taxi. Delta 474, contact departure. Endeavour 3287, continue. Endeavour 3287, contact departure. JetBlue 1118, taxi to terminal via Papa Alpha. Say again. Taxi to terminal via Papa Alpha, JetBlue 1118. Tower, JetBlue 1054, with you, runway 13L. JetBlue 1184, runway 13L, clear to land. JetBlue 1106, runway 13R, clear to land. JetBlue 1054, runway 13L, clear to land. Runway 13L, clear to land, JetBlue 1054. Runway 13R, clear to land, JetBlue 1106. Envoy 3878, continue taxi. Delta 208, continue taxi. Continue taxi, Delta 208. Endeavour 34902, hold short of runway 4L. Hold short of runway 4L. Endeavour 34902. JetBlue 775, pushback approved. Expect runway 4L via Alpha Kilo. Continue taxi, Envoy 3878. Irgendwie... Tower, 4L via Alpha Kilo, pushback approved. JetBlue 775. Speedbird 172, runway 4L, cleared for takeoff upon reaching altitude 3000, contact departure. Runway 4L, cleared for takeoff upon reaching altitude 3000, contact departure. Speedbird 172. Endeavour 34902, runway 4R at Juliet. Ich glaube, wir werden jetzt doch nach unten mal runter gehen auf hier rechts, weil sonst kriegen wir hier gar nichts mehr weg. Es ist ja viel zu voll hier. Endeavour 5298, pushback approved. Expect runway 4R at Juliet. Ground, 4R at Juliet, pushback approved. Endeavour 5298. JetBlue 1723, runway 4R at Juliet. Unable to takeoff from this runway. The runway is too short for takeoff, JetBlue 1723. JetBlue... Huh? Which... Huh? JetBlue 1723, runway 4R at Zulu. Runway 4R at Zulu, JetBlue 1723. JetBlue 1818, taxi to terminal via Bravo. Royal Amarok 201, runway 4L, line up and wait. Runway 4L, line up and wait, Royal Air Amarok 201. Tower, JetBlue 775 ready to taxi. JetBlue 1818, hold short of taxiway Delta. Isn't it Delta? JetBlue 1818, hold short of taxiway Delta. JetBlue 775, continue taxi. JetBlue 775, runway 4R at Juliet. Endeavour 5298, continue taxi. Ziehen wir jetzt mal alles nach unten. JetBlue 478, runway 13 left, clear to land. Das Dumme ist natürlich, dass wir jetzt schon in der Stunde sind. Royal Amarok 201. Nein, das ist zu riskant, können wir nicht machen. Das ist eine Heavy. 787800, keine Chance, kriegen wir den runter. North Shuttle 70006, pushback approved. Expect runway 4R. Tower, 4R pushback approved. North Shuttle 70006. Endeavour 34902, continue taxi. Tower, Speedbird 114, requesting push and start. Speedbird 114, pushback approved. Expect runway 4R. Continue taxi, Endeavour 34902. American 141, continue taxi. JetBlue 1818, continue taxi. Continue taxi. American 141, taxi to terminal via Bravo. Taxi to terminal via Bravo, American 141. Continue taxi, American 141. Endeavour 5303. Endeavour 5303, runway 4R at Juliet. Runway 4R at Juliet, Endeavour 5303. Tower, Endeavour 3476 with the runway 13R. Tja, liebe Leute. Also es könnte sein, dass man vielleicht nochmal ein zweites Video macht, wo man das Ganze denn hier wegarbeitet. Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Zumindest machen wir jetzt nochmal so lange weiter, bis wir wieder auf Null sind. Also mehr geht ja wohl gar nicht. Wir können ja hier nicht, ne? So eine Aktion starten, indem wir hier Minus machen. Das geht natürlich gar nicht. JetBlue 1723. Der biegt da jetzt ab, das ist gut. Und haben wir noch eine Möglichkeit? Ne, hier landen viel zu viele. JetBlue 1723. Endeavour 5303, hold short of runway 4R. Hold short of runway 4R. JetBlue 1723. Endeavour 5303, hold short of runway 4R. Ground, Speedbird 114, ready to taxi. Hold short of runway 4R. Endeavour 5303. Endeavour 5298, hold short of runway 4R. Hold short of runway 4R. Endeavour 5298. Delta 218, pushback approved, expect runway 4R at Juliet. Delta 218, pushback approved, expect runway 4R. JetBlue 775, hold short of runway 4R. Hold short of runway 4R, JetBlue 775. Speedbird 114, continue taxi. Continue taxi, Speedbird 114. JetBlue 1106, taxi to terminal via Bravo. Endeavour 349R 2, runway 4R cleared for takeoff upon reaching altitude 3000 Contact Departure. Runway 4R cleared for takeoff upon reaching altitude 3000 Contact Departure. Endeavour 349R 2. So, Sonne 20, 10. JetBlue 11184, taxi to terminal. JetBlue 1118. Hinten rein. JetBlue 9037, pushback approved, expect runway 4R at Juliet. JetBlue 1054, taxi to terminal via Bravo. JetBlue 1054, taxi to terminal via Bravo. So, gleich sind wir bei 0. Und dann können wir hier stoppen. Endeavour 3476, runway 13R, clear to land. ICI 619R, runway 13R, clear to land. EVA Air 32, runway 13R, clear to land. Runway 13R, clear to land. Endeavour 3476. JetBlue 9R37, continue taxi. JetBlue 1054. Okay, das ist auch gut aus. No Shuttle 704.